Das müsste ein Engländer sein, von dem ich leider nicht ganz sicher weiß, wie er ausgesprochen ist. Ihre Kesskart. Owen Kesskart. Tom Fachmann, ein Ihre. Ein Ihre, der in Nordirland aufgewachsen ist. Owen Kesskart, Stoney. Man lernt doch gerne noch zu. Also, haben wir zwar den Satz frei verpasst, aber die Info war wichtiger. Hoffentlich kann sich der demenzkranke Steinbecher das merken. Owen Kesskart für Passau. Der hat den ersten Satz 11.5 gewonnen, oder? Mehr dazu auf den Stativaufnahmen. Batman. Simon Kesskart.